Ah, ja. Find the truth. Und es hängt gerade wieder bei mir hinterher, aber das ist es auch egal. Ach, den kenne ich aus dem ersten Teil. Das war doch der, der sich versucht hat, es selbst umzubringen. Guilty. Hey, hier geblieben! Warum hast du nicht deine Freiheit gewählt? Weil ich die Wahrheit wissen will. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach so, das ist die Bibliothek von oben. So, geschafft! Hey! Kein Tumwand. Alter, bleib stehen, alter Mann! Bekämpfen Sie die Schattengestalt. Wo ist er denn hin? Zeig dich! Okay, wir jetzt noch mal kurz ein Minispiel. Ja, jetzt komm. So, komm her! Schalten Sie Jigsaw aus! Ich bin jetzt noch mal. Es ist vorbei. Ihr Schatten Sie sind vorbei. Du kannst nicht ein Trial wegwerfen, wirst du dir weg weg aus. Bleibung insanity. Alle diese Leute, du zählst. Ich werde nicht zu lassen, du zählst. Hallo, Melissa. Wenn du das hörst, hast du überlebt. Du hast Tapp gegeben. Der Mann respondte, als dein Leben zu spüren. Dein Sohn ist jetzt in meinem Wettbewerb. Wenn du willst, musst du ein Spiel spielen. Geben, folgen die Instruktionen, die dir gegebenenfalls. Alles, was du musst, um zu sehen, ist, den Detective Tapp auf dem Weg. Um sicherzustellen, dass du die Regeln hast, ich verabschiedet habe deine Möglichkeit, zu sprechen. Wenn die Uhr dreht sechs Uhr, du bist frei von diesem Ort. Aber schau dir deinen Schritt. Oder du bekommst das gleiche Wettbewerb. Wie du lead, husband. Live, oder die. Live, oder die. So kann manh sein nicht gut finden können. Derregelang ist noch Kita. Derregelang ist für deine Hand und wir kriegennehmen absolut weiter. Über supporter Sie sehen. Ich erinnere alle Feedback可 Bianchi. Das war der AngeALK für die Pandemie. Ich erinnere alle Zeichen für die Parteien. Ja, das war also Saw the Game Der erste Teil Da gibt es ja noch einen zweiten Teil Also ich muss sagen, das war Also es kommt schon sehr gut An den Film ran, vor allem die Namen sind ja auch Von dem Film, da gab es ja auch Melissa, glaube ich Gab es da Melissa? Ich glaube schon Jeff gab es auf jeden Fall Dann gab es Obi gab es glaube ich auch Bin mir jetzt nicht ganz sicher Auf jeden Fall kommt das sehr gut an das Spiel ran Äh, an den Film ran, das Spiel Genau, ich fand auch die Atmosphäre Sehr gut gemacht, so wie es auch In dem Film ist, also so düster, geheimnisvoll Man wusste nie Was einen jetzt als nächstes erwartet Ansonsten Fand ich es gut inszeniert Ich finde es gut, dass er nicht das Spiel Den Film direkt Als Spiel nachgestellt haben Sondern eigene Fallen Entwickelt haben Also nicht, dass es so ist Wie Ähm Ja Äh, so wie Dass du jetzt da halt dein Fuß absiegen musst Um weiter zu kommen Sondern es ist halt einfach Gut gemacht Das Spiel Ja Ich freue mich schon auf Teil 2 Den wir dann machen Zusammenspielen werden Da gibt es ja auch Saw 2 als Spiel Das werden wir dann natürlich Auch spielen zusammen Und jetzt muss ich gucken Dass ich noch Ein paar Minuten rede Weil jetzt einfach aufzuhören Das wäre ein bisschen blöd Oder ich weiß es nicht Auf jeden Fall hat mir das Spiel Sehr viel Spaß gemacht Ich freue mich auf den zweiten Teil Der zweite Teil wird gleich Morgen losgehen Und Ja Ich hoffe wir sehen uns dort auch wieder Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Ich hoffe ich habe es Einigermaßen gut moderieren können Und auch ein bisschen so Atmosphärisch moderieren können Da bin ich ja momentan noch am Üben Und Ja Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und dann sehen wir uns bei Saw 2 wieder Bis dahin Tschüss Und dann Lasst uns wieder mal ein Spiel spielen